oder bin ich schon wieder zurück und ihr seht schon was ich gerade machen bin ich habe mir gerade einen huhn gepackt und pass auf was damit gemacht werden kann ich könnte echt mit diesem huhn halt durch die luft gleiten wie krank ist das denn ist natürlich jetzt in anführungszeichen gerade keine aufgabe ich wollte euch das einfach mal zeigen wie krank ist das aber wir können auch warte mal ich brauche mal eine große rampe jetzt hoffe ich muss das schon direkt wieder kriegt nein nein nicht weglaufen kommen wir nun kommen wir jetzt nur mich ist die keine runter weil ich wette fast das ist irgendwann der aufgabe passt aufwand nein ich glaube ich muss mit dem hund da hoch also ein bisschen also normale aufgabe ist schon mal nicht weil aus einem ganz einfachen grund es wird nämlich nicht angezeigt du hast so viel meter schon mit dem huhn geflogen wie gesagt packt euch einfach einen huhn besuch und fliegt einfach ein bisschen rum also ich finde es wirklich lustig wenn euch das ganze auch gefallen hat lasst gerne like da wenn ihr bock auf custom games hat gerne abo da lassen guckt einfach in den streams vorbei und in dem würde ich sagen ich eier hier noch ein bisschen mit dem huhn rum und euch noch viel spaß haut rein